Ich schätze mal, die Strafrunde heute können Sie verschmerzen angesichts der Tatsache, dass es mit Rang 14 losging und im Ziel auf Rang 2 geendet ist. Ja, also mit der Strafrunde bin ich natürlich nicht zufrieden, aber für mich war es heute so ein bisschen, ja, der Sprung ins kalte Wasser auf Position 4. Und ja, da schirmt es sich natürlich genauso wie im Warmen, aber es ist was anderes. Und dementsprechend ist mir so ein bisschen die Nähmaschine gegangen im letzten Schießen, als ich die drei Fehler geschossen habe und gewusst habe, ich habe jetzt nur noch drei Nachlader. Aber ich war dann total überrascht, als ich aus der Strafrunde gekommen bin und immer noch gehört habe, ich bin Zweiter. Ich habe gedacht, okay, jetzt nimmst du die Beine in die Hand und los geht's. Ich weiß, und Sie wissen ja auch, man soll sich nur auf sein eigenes Schießen konzentrieren, aber kann man das, wenn nebendran Justine Breisatz steht? Also ich habe schon versucht, mich auf mich zu konzentrieren, mich in meinen Tunnel zurückzuziehen. Ich habe nicht mitbekommen, was die Justine geschossen hat. Klar, man hört manchmal, ob es ein Fehler ist oder nicht, aber ich habe versucht, mein Ding zu machen und ja, es ist mir leider nicht ganz klungen. Aber es ist gut gegangen, Rang 2, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die schnelle Herkunft. Dankeschön.